Jo. Jo, Dicke, ey. Nächste Folge Fleischwolf. Ach so, ey. Sorry, Alter. Ich bin im Urlaub. Dicke, du hast doch selber bei Insta geschrieben, so Gott will, jede Woche eine neue Folge. Ja, dann wollte er diese Woche nicht. Er wollte, dass ich Urlaub mache. Ja, okay. Und was soll ich jetzt machen? Dreh mit irgendjemandem. Keiner wird es merken. Dicke, jeder wird es sehen. Dann mach einfach auf 240p. Glaub mir. Ja, sieht scheiße aus, Dicke. Ey, ich gucke jeden von unseren Abonnenten an. Dicke, die Hälfte sieht aus, als wenn es Maungrocher. Das klappt schon. Glaubt mir. Dicke, dann ist komplett gefickt. Weißt du. Mach meinetwegen viel Quali. Heide, ich muss jetzt aufhören. Bis dann. Ey, Dicke, warum heißt es eigentlich Blasen? Man lutscht doch eigentlich, oder? Dicke, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Okay, aber du bei mir. Was? Nein, doch nicht so. Wir fragen einfach jemanden. Ja, okay, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Ey, eine kurze Frage. Beim Blasen. Da lutscht man doch eigentlich, oder? Ey, ne, ich bin grad mit vieler drauf. Wir drehen gleich ein Video. Was? Nein. Nur so für ihr Allgemeinwissen. Naja, weil du safe schon mal gemacht hast? Wieso soll ich meine Mama fragen? Rede mal nicht so über meine Mama. Ja, okay. Okay, okay. Ja, ich hab's verstanden. Ja, alles klar. Und, was hat sie gesagt? Ne, sie weiß auch nicht. Die, sie weiß auch nicht. Also, ich hab's verstanden. Und, was ist es, was wir mal gemacht hast?